Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen jetzt noch Magda töten und die drei anderen Akte machen, weil wir müssen ja alle auf einmal machen, die Kopfkette. So. Ach, die schnallt sich hier nicht an die Ariel. Ich will aber die Flügel haben, ich finde sie trotzdem noch relativ schön. Auch wenn sie pottenhässlich geil sind im Gegensatz zu nennen. Sie sind doch noch ein bisschen schöner als zum Beispiel die Flügel hier. Ich mag sie einfach nicht, weil sie zu breit sind. Nicht Adlerflügel, sondern Falkenflügel oder so machen sollen. Weil Falkenflügel sind viel schmäler. Hier können wir wieder ein bisschen langsamer vorwärts gehen, um sie nicht zu mir spurten. Warum suche ich ja noch ein paar Sachen? Noch viele Sachen. Könnte doch etwas Gutes nach oben. Habe ich nicht ein Gürtel noch gefunden? Ja. Okay, ähm, Röthlern, das Helm habe ich immer noch. Aufstampfen, Erderutsch, genau. Der brauche ich noch. Ja, jetzt haben wir irgendwie das siebte Part, glaube ich. Sorry, ich habe nicht nachgeschaut, aber Wir haben sowas von schnell alles erreicht, hä? Diablo 3 ist wirklich nicht so, ähm, gut gemacht, wenn alles zu schnell geht, bis es dann viel zu langsam geht. Also der Schnitt zwischen lang und nicht, also zwischen kurz und lang ist bei Diablo 3 extrem schlecht. Da wird man so in die lange Weile gerissen. Ah, das ist leider so, aber ich werde es natürlich so machen, dass ich es auch ähm, ja, spannend mache. Ich werde immer irgendwas anders auch aussuchen. Ein anderes Bild oder so. Bevor ich halt die Items dann auch wegwerfen muss, weil ich dann kein Platz mehr habe. Ich habe halt die Slots nie geholt. Aber, ja, ich habe noch andere Charaktere, die ich noch benutzen kann. Zum Lagern. Wird jetzt nicht so schlimm sein. Ah, schon tot. Ja, gibt's das. Ist das, ist die schon tot, die Kuh? Ja gut. Ja, ja. Aber ihr seht, das Set ist viel zu stark, also das ist eines der stärksten Quests, äh, Sets. Ich bin überlastet. Ja, ja. Und es wird doch nie benutzt, also ja, nicht das stärkste Set, aber halt das ähm Ich kann nicht mehr tragen. Ja, einfach am besten benutzbar. Nicht das stärkste, natürlich nicht. Eines der schwächsten. Aber, ähm, das ist so gut benutzbar am Anfang. Die Leute wollen natürlich immer wieder etwas Besseres. Und deshalb kommt's doch da schlecht. 512 Schaden machen wir jetzt. Boah. Ja, das ist auch noch ein guter Stiefel, aber der, ähm, hat einfach das Problem der Stiefel, dass er relativ sonst schwach ist. Nur, dass man durch alle Gegner durchlaufen kann. Wow. Das hätte ich auch als Fähigkeit skinnen können. Aber Diablo war, ist halt auch begrenzt, hä. Ah, jetzt kommt vierter, nicht dritter. Hm. Gut. Ist also schon zufällig natürlich, aber dass wir nicht der Reihenachkopp bekommen, ist ein bisschen schade. Jetzt sind wir doch schon wieder ein bisschen zu langsam, also die Gebiete werden in Akt 4 recht gross, von der Breite her. Wieso hat dieser Turm eine zweite Ebene? Hm, ich hab gemeint, die haben nie zwei Ebenen, doch, sie haben schon zwei Ebenen, aber der doch nicht, der Belager der Turm, oder? Ach, egal. Vielleicht wird's auch keinem das. Hm. Ich glaub, der Sebener Turm hat zwei Ebenen gehabt, früher. Und dieser Turm hatte nur eine. Aber eine grosse, glaub ich. Die ist jetzt relativ klein. Beziehungsweise man sieht halt auch schon am Anfang, wo man hin muss. Ja, doch, Dinio, deine Fresse. Ist mir doch egal. Die Gegner sind sofort tot, also bitte. Ah ja, der Templer. So, wir haben sicher hier oben noch einen Gegner. Nicht? Ach, wie schon. Ah doch. Prima. Das hätten wir weit zurück müssen. Ich finde einfach, diese Axt ist viel zu gross. Die hätten diese Axt einfach mal ein bisschen kleiner machen sollen. Aber sowas von einer grossen Klinge ist wirklich unnötig. Heftiges. Jetzt dachte ich, das wäre ein Boss, aber... ...scheinbar nicht. Ist kein Gegner mehr gewesen. Hm. Ja, ich finde schon Kopfgeld eines der besten Futures. Also Great Drift mag ich überhaupt nicht. Die Kopfgelder sind jetzt richtig toll. So. Also eben, weil hier auch ein... ...Zurückschrein ist. War das früher nicht so. So wurde eventuell eingebaut. Also ich habe ja die Pads nie richtig verfolgt. Nur gespielt. Jetzt muss ich schauen, ob das immer am Anfang ist. Weil eines ist immer am Anfang. Das sieht so cool aus. So ein Domino. Eine riesen Domino. Also es ist nicht hier gut. Ja, ich wollte schauen, ob es nicht dieser ist. Aber es wird nach einiger Zeit sowieso angezeigt, wo es ist. Also es ist egal, wo wir hingehen. Wir bewinscht ab. Also eben, richtiges Gegrinde werdet ihr von mir nicht sehen. Ich werde immer Abwästung bringen, gell? Auch wenn ich nicht schnell vorwärtskomme. Ich muss wirklich nicht der Beste sein. Ja, das war jetzt eine Nebentaste von meiner neuen Maus. Wie schon vorher, ein paar Mal im letzten Part auch. Tja. Diese Nebentasten haben auch hier Tücken. Warum kommt man immer da nicht drauf, weil man den Daumen dort drauf auf der Eins hat. Ja, natürlich schaffen wir das Event wieder nicht. Das ist auch eines der schwersten Events. Wenn am wenigsten Gegner kommen. Aber, ähm, tja. Wir haben ja Truhe zur Verfügung. Ach, wenn wir es nicht schaffen. Aber sterben möchte ich nur nicht. Natürlich sind wir schon zäh genug für die normalen Gegner. Doch, wir schaffen... Nein, wir schaffen es nicht. Das war 50. Ich habe gelesen, es sind 90. 50. So. Prima. 52 schon. Boah, ist das schnell. Ah, eine mächtige Waffe wieder. Ich hoffe, eine gute. Nö, die... Die ist mega schwach. Oh, ein Wibbelwindstab haben wir gefunden. Die ist viel wichtiger. Diese Waffe, die können wir nämlich zerschrotten. Für jetzt bald... Ja, oder genau. Wollte ich noch sagen, aber habe das nicht mehr so richtig im Kopf gehabt. Hm. Ja, wir müssen noch drei. Töte Diablo machen wir am Schluss. Dann gehen wir nach unten. Von unten nach oben jetzt. Hier können wir ja diese Flügel hier, die ich schon habe, ähm, finden. Habe ich ungefähr 500.000 Anläufe gebraucht. Und, äh, sie dann endlich mal gefunden. Per Zufall. Ich finde, diese Sachen findet man eigentlich immer nur per Zufall. Auf Kopf geht. Und eben bei den Transmogrifikationen und, ähm, ja. Ja, einfach die Sachen. Da brauche ich vielleicht noch ein bisschen Hilfe, die ich noch nicht habe, hä? Also, wer da etwas mir sagen kann, bin ich sehr glücklich. Auch wenn ich es schon weiß, gell? Aber manche kann ich einfach nicht erreichen, weil ich immer alleine spiele. Ich spiele Diablo 3 eigentlich immer alleine. Es hat keinen Sinn, mit anderen zu spielen. Ich muss nicht so viel erreichen, oder? Und ich muss es nicht so schnell erreichen. Ich habe überhaupt keinen Drang auf erster Platz. Erster Platz bin ich im Fussball. Vor Ronaldo und Messi. Bald. Hoffentlich. Also, wenn mir der Taktik gut ankommt, dann bin ich dann schon bald der beste Fussball der Welt, aber nur fast. Ich bin nicht bereit. Aber ja, ich bin halt eben krank. Kann man es nicht erreichen. Eventuell, aber eventuell ist es doch möglich, weil ich natürlich mehr Dinge habe. Mehr Erfahrung vor allem und mehr einfach Wille. Alles Mögliche. Das Luxusleben möchte ich nie benutzen. Sein Kind, Neymar's Kind, kostet 470 Millionen Euro pro Monat. Steht euch mal, wie der verwöhnt ist. Das ist einfach Wahnsinn. Genau das mag ich am Fussball nicht. Darum möchte ich es ja auch. Ich möchte ein Vorbild sein. Das ist das Wichtigste. Imperius, der Erzengel der Tapferkeit, ist der größte Krieger der Schöpfung. Jetzt muss ich wieder zurück. Der schläft den Kriegen und Schlachten und hat die Truppen des Himmels zu unzähligen Siegen geführt. In Abwesenheit Maltaels ist es nun Imperius, Ach, die schläft die Schlampe so mit. Einfach schläft sie halt. Die hohen Himmel vor allen Feinden zu schützen. Vor allen Feinden zu schützen. Warum habt ihr denn so viele Feinde? Weil alle Dämonen sind. Der Mond. Der Mond. Der Mond kommt auch wieder Livestream. Ich kann leider Diablo 3 nicht Livestream, weil es nicht angezeigt wird. Und Broadcaster sieht der Client nicht. Und deshalb ist das Black Screen. Aber auf Exile kommt relativ viel. Wenn ich dann auch wieder kann. Also, gestern Abend habe ich wieder besser Tagesrhythmus gehabt. Ich konnte schneller, also länger wieder auf und bleiben. Aber auch nur bis 10 Uhr. Ich müsste bis 24 Uhr streamen können. Ich dachte mir, bessere Qualität dann natürlich. Dann haben wir dann eine Maschine gefunden. Wieso finde ich immer den? Nein, das sind andere. Das sind Hammer. Aber die Farben sind gleich. Da haben wir das Richtspruch. Wenn der Hammer der Uhr an drei oder weniger Ziele trifft, dann trifft er halt die 21 Uhr zurück zurück. Sehr schön. Also, hier brauchen wir wieder Bewegungsgeschwindigkeit. Dann haben wir endlich wieder ein bisschen mehr Speed. Das ist natürlich fast nicht erkennbar. Aber es ist schon wichtig. Wir brauchen auch die zwei Schwerter von den Uhr-Armen. Das sind neben dem AdWalk, oder? Das ist der andere. Ich kenne die Uhr an jetzt auch nicht so gut. Einer heißt Hierarch, oder so. Dann heißt noch einer... Äh... Kann es sein, dass zwei M mit M anfangen, aber... Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Jetzt wieder... Es ist zu lange her, seitdem ich die ABO wieder gespielt habe, die ABO 2. Und ja, einfach habe ich momentan Wichtiges zu tun. Und nee, ich hatte wieder ein paar Gedanken über Games, aber... Ja... Mir geht es einfach viel besser seitdem. Ah, wie knapp. Ah, wir müssen nur Schamanen töten. Ja, okay. Sagt mir auch niemand. Nur das kleine Ding, das ich nicht erkenne. Aber das ist wenigstens eine mögliche... Mission, hä? So, Diablo kommt dran. Der wird lange gehen, aber... Ja. Ist halt so. Weil Diablo immer so viel redet und... Zwischensequenzen hat. Ja, spuckt noch feuerblöden... Ähm... Sälen. Nein, noch einer. Rechts. Die sind immer zu leicht, diese Quests. Kurzen Gegner töten, wow. Oh! Ein mächtiger Gürtel. Ja! Reicht denn besser? Nein, schade. Aber gut, das wird nochmal ein Uran. Gut Ding gehabt. Finden. So. Jetzt müssen wir kurz... Aus... Ähm... Ausräumen, dass sie mir da... Ich denke, den brauchen wir nicht. Naja. Den brauchen wir nicht. Das wollte ich noch reinigen. So, dann haben wir noch... Irgendwo... Vielleicht etwas Gelbes, was Besseres. Nee. Ah. Ah, das kann ich umwandeln, oder? Ich lass den. Fürs Umwandeln... Mach jetzt mal ein neues Lot. Die Sache muss ich umwandeln. So. Prima. Was krieg ich? Hausherrnbruch. Hausherrnbruch. Tschüssi. Ah ja. Wirbeln wir nach Hause zu Diablo. Wir starten ihn ein kleines Pisschen ab. Habt ihr schon Angst? Das Zuhause von Diablo. Wo er einfach immer ist. Vernichtendes Massaker. Vernichtend. Ah, Talrik heisst noch einer. Talrik, nicht Jaorik. Ich kann mich wahrscheinlich... Kannst wahrscheinlich nachschauen, hm? Schauen wir nachher nach. Du armes, kleines, weibliches Diablo. Hast nur Talrik zu sehen. Lol, die kann ja gar nichts machen. Ah, jetzt hat sie einmal geschlagen. Ich bin bereit. Alter, hast du noch Probleme mit deinem inneren Ech? What? Da war gar nichts zu sehen. Nee, überhaupt nicht. Ich weiss nicht, was du für Probleme hast, hast du irgendwie ein bisschen satanische Gefühle. Aber du bist ja nicht Satan. Du bist nur die Grossmutter. Du bist die Stiefgrossmutter des Enkels von fünf Jahrzehnten. Ja, und das gibt jetzt einfach gebratenes Diablo. Also, ja, ja. Kamehamehame. Die Sonnengefestigen Höllen. Höllententaten. Nein, wir müssen was haben. Etwas, was ich nicht weiss. Oh, du machst aber deinen Turm kaputt mit deinem Herumgefäule. Stirb, kleines Baby. Ach, ist der Tod. Jetzt stirbt er einfach an einer anderen Stelle ein bisschen. Aber ansonsten stirbt er nicht immer nach unten. So. Das haben wir also auch geschafft. Und jetzt noch das dritte. Äh, das fünfte. Hm, das vierte kommt jetzt. Also, wir haben ja Akt-Dai ausgelassen. Ah, das Schäte haben wir also auch von diesen Aufträgen. Okay. Aber bald haben wir alle Pläne. Ach, wie schön. Ja, ist ja nicht so gut. Kann ich ja dem geben. Ah, ja. So. Du gehst rein. Du, 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 du. Du. Ich glaube, den bekomme ich jetzt. Ich habe jetzt noch einmal einen Plan. Okay. Okay. Ja. Prima. Wunderbar. Hahaha. Haben wir das auch schon. Geht so schnell, hm? Also, im dritten Part machen wir das Zeug zum Weiter von dieser Aufnahmesession. Also, einfach Kopfgelder jetzt. Ähm, jetzt müssen wir wohin? Ah, nach Westenburg. Zuerst. Mal töten. Komm, den machen wir jetzt. Hahaha. Ich mag mal Tee. Es war ein bisschen nervig, wenn man den nicht so kennt. Aber wenn man ihn kennt, ist er eigentlich sehr einfach. Aber ich kenne ihn leider nicht mehr. Also, ich hoffe, dass ich nicht sterben werde. Er wird übertrieben sein, das stimmt. Weil ich so Sklaeskennen bin. Ich habe neue Kraft geschaffen. Ja, gut. Komm, schnell. Nicht einfrieren. Ja, es ist richtig gut gemacht hier. Irgendwo ist doch das Tor, wobei Lord of Destruction am Schluss, also im Einführungsding, also am Anfang von Lord of Destruction gezeigt wird. Das ist auch irgendwo hier. Aber ich glaube, es ist nicht hier, also das ist ja die zweite Ebene. Es ist in der ersten oder vor, ähm, vor der Stadt, ne, vor dem, ich weiß nicht, wie der heißt. Gut. Ihr seid einfach alle Puschis. Lol. Geht immer wieder die verfluchten Truhen. Ich glaube, es ist schon die zwanzigste in diesem, äh, Kopfgeld, sag ich so, äh, und irgendwie die fünfte, also, äh, realistisch gesehen, ist es die fünfte, oder ein bisschen mehr, oder ein bisschen weniger. Halt circa die fünfte. So. Ah. Ein Umweg gemacht. Ach ja, man darf nicht berühren. Oh, ich wollte schon durchgehen, weil, ich dachte, das wäre dann, zu Ende, wenn ich dort angekommen bin. Aber nein. Jetzt zeige ich euch, es sieht richtig geil aus, die ihr es ja noch nicht kennt. Bevor wir in Maltese-Kammer geht, ist alles ein bisschen verdreht. Ob das ist nicht, ähm, das erste Mal natürlich. Es gibt viele, ähm, es gibt viele, ähm, Spiele, wo verdrehte Kammern haben, wie zum Beispiel The Legend of Zelda Ocarina of Time. Man hat die zu fairer gehabt. Ich brauche mir jetzt noch ein paar Kante sehen. Menschliche Seelen. Doch wohin? Nein, ich wollte nicht berühren. Oh, ich wollte den Titus nicht berühren. Hier ist es nicht so verdreht, aber es ist schon ein bisschen gekippt, hä? Vor allem tut es nur wegen diesem Kern wahrscheinlich auch halten. So, mein Schätzchen. Ja, jetzt übertreibt nicht. Langsam kenne ich ihn wieder, aber auch nur relativ. Ja, ich betreibe es nicht mit deinen Pussis. Es sind alles Pussis. Ja, jetzt, hey. Gehst du wieder hin? Jetzt holst du deine Superkräfte raus, wie jeder Boss und Diablo. Einfach immer noch Superkräfte rausbringen. Das ist langsam langweilig. Das ist ständig langweilig. Wollst du nicht deine Feuerbälle raus jetzt? Oder? Eure Zeit ist abgelaufen. Das ist das. Ich gehe einfach durch und bekomme fast keinen Schaden. Jetzt übertreibt er. Du bist raus, er treibt es ständig. Ja, wir haben ihn geschafft. Boah. Wir sind so gut. Wir haben einfach Talent. Ja, sicher! Er ist aber gestorben. Hä? Ich habe den nur ganz witzig berührt und ich bin gestorben. Wie frech ist denn das? Was war denn das eigentlich? Ja, sicher. Ich bekomme... Hä? Ich muss ihn wieder besiegen? Was? Ich muss ihn wieder besiegen? Die Spacken. Nur weil ich am Schluss ein bisschen angekommen bin. Bisschen Frechheit. Das nennt man oberste Frechheit. Macht ein paar ein bisschen länger. Warte, ich besiege ihn jetzt kurz nochmal. Nein, nein. Warte, ich besiege ihn jetzt kurz.